Auch folgender Witz hat nicht geschafft. Ein Hase, ein Hirsch und ein Bär haben eine gute Zeit. Sind am Kiffen, alles gut. Plötzlich kriegen sie alle einen Brief von der Bundeswehr, Musterung. Und die haben alle drei keinen Bock. Sagt der Hase, weißt du was, ich mach mit Knoten in den Ohren. Einen Hasen mit Knoten in den Ohren können die nicht gebrauchen. Der geht rein, kommt raus, ausgemustert! Der Hirsch schafft, weißt du was, ich mach mir das Geweih nach hinten. Einen Hirsch mit so einem defensiven Geweih können die nicht gebrauchen. Der geht rein, kommt raus, ausgemustert! Sagt der Bär, was mach ich denn jetzt? Jo, das ist schwer. Sagt der Hase, weißt du was, wir kloppen die die Zähne raus. Einen Bär ohne Zähne können die nicht gebrauchen. Das ist eine gute Idee, die hauen den Bad auf die Fresse. Der geht rein, kommt raus, ausgemustert! Ich bin zu dick! Ja? Ja?